assalamu alaikum meine lieben schlüssel ist noch draußen nachts um zwölf wie ich diese schuhe wo sind meine riesen schlappen ich kann doch nicht einfach kein video machen am ersten tag auch wenn es nachts ist ich dachte das wäre glas die mutter meine schuhe einfach drüberkehrt egal dass die aus deutschland sind doch schrott egal so jetzt nee beauty vom bekommst nicht mehr raus was los habe ich euch zu gemacht wo ich die wo ich die andere wo ich mit sie mit sie mit sie draußen die verrückte hatte man ja hier kommen hatte alle da außer mit egal jetzt gehen wir mal zum schäfle kann ich doch nicht einfach so hoch hast du eine schubkarre kriegt wo ist denn wo ist dein halfter wer hat das klaut wer hat das klaut niemand hier klaut keiner ist abgegangen ist das hier runter gefallen sie den halfter ist weg habe ich vorhin schon gesehen habe ich gar nicht darauf geachtet oh komm lass die mama guck mal die straziatella das ist genau straziatella ja die mutter weiß warum ich komme ja 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 da klatscht du so schönes baby hast du nicht gemacht muss noch nachziehen also ist das jetzt zu hier oder was ja maus ist gut ist gut ich habe noch was gehört hier im schlafzimmer aber ich dachte vielleicht kommt ein neuer bock wie geht wenn man da rein tritt ihr seid auch guck mal das baby ist größer als die nie nur die was da los und du zufrieden mit der friede hey die deutsch dein baby der wächst anet mach mal was wir wollen action faction aber nicht du du wirst schwanger macht von jemand anderem und auf die anderen kannst du springen gell nudel jetzt gucken wir mal die nudel von deinem kind an ich nenne dich aber maccarona gel lieb sein die hat ja heute die andere geboxt und ich habe heute ihren schwanz hochgekoben habt ihr es gesehen jetzt gucken wir mal gucken wie hübsch die ist ein foto foto ja nicht sauer sein ich mache nichts du bist ja süß du bist süß guck mal guck mal guck mal also wirkt ein dalmatiner ein dalmatiner schaf da ist die mietze schau mal schau mal spinnst du die lässt keine katze komm guck noch mal liegt noch was rum doch was schwanz du gehst mit deinem baby da rein du hast stress komm ich guck noch mal ich sehe keinen pipi ja 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 ist gut ist gut ist gut komm 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 mit komm nicht nicht boxen geh rein geh rein machen wir tür zu da hast du dir ruhig so fertig jetzt kann keiner dich stressen ein paar fotos habe ich auch gemacht und hier machen wir licht aus dass die kaninchen raus können ohne dass der fausi da rum stresst das wasser hat mein mann bestimmt vergessen was klicken jetzt da drin ein kissen ja fausi hast du waschtag oder wer ist es schiele wäsche waschen winter kommt eure wäsche habe ich noch gar nicht gedacht ah ja das dauert ja noch jahre leute was ist das ok ich habe einen ausschlag kriegt von dem wasser kommt es an äh wie sagt man das schön ich weiß gar nicht wie man das sagen soll so ganz komische wie so werzen ne warzen auch nicht kann es gar nicht sagen auf jeden fall habe ich gerade salbe drauf das geht gleich weg ich weiß nicht was es ist ich bin doch in das wasser gegangen einmal ohne und einmal mit und jetzt nachdem ich mit chlor rein bin ich äh ja das ist ein bisschen zu peinlich das zu sagen aber wie sagt man da im maurerdekolleté das ist genau die richtige äh bezeichnung und nicht tiefern da sind die schon ausschlag bestimmt von dem klo besser nicht ich lasse das licht an mein mann kommt noch mal schön drin bleiben mit deiner mausie ja hast du keinen stress und fino ruhig sein ja komm die kriegt noch Bersin die ist doch mama geworden komm mäuseli und wasser brauchst du eigentlich auch ja ja komm 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 schau mal und wasser ja wasser futter alles da und da machen wir zu jetzt und wir was willst du du bist ein riesenviech du kannst gegen wolf kämpfen mit deinem halben horn da wo ist das eigentlich hey die wo ist dein horn hm weisch auch nicht die sieht ja auch dick aus gell aber die hat ja erst kann nicht sein von dem schnellen heiraten da wenn es überhaupt wenn der überhaupt was gemacht hat und du bist noch zu jung kannst du schon was natürlich sagt der guck kannst du schon was hast du was gesehen nuggi naja dummschwätzer na gut dein sohn ist ein dummschwätzer nein ist er nicht ist ok marrakesch du bist auch ein liebes schaf ja jetzt wächst euer fell wieder dann ist winter guck mal hey die ist fast so groß wie der ja hey die ist auch ein größeres schaf ich glaube der wurde mit belletti eingemixt und du bist mit dem chihuahua eingemixt tiny also den verkaufen wir das ist bringt ja nichts ihr wisst ich habe gesagt eine 4-5 Jahre alte ziege so wie die und schwanger dann sollen die hier ihr leben leben gell wie du ja wir haben angefangen mit nutztieren jetzt haben wir einen halben Gnadenhof komm lass mich durch wenn die Hühner nicht mehr sind fertig keine Hühner mehr so viele Jahre immer Hühner ja gute Nacht Fausi Fino lieb sein mein Mann telefoniert die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten die Kontakte haben jemand braucht ein Papier von Kena ohne das Papier kann er das Land nicht verlassen und 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 der ist nur am schwätzen also jetzt ruft schon wieder jemand an Ferdin im schlager der der ok und close die der den ob bis du na gut jetzt kriegst was komm ich bring dir was Mechi sehne wie dick du bist was will schon noch als straßenkatz bist du dick ja ok moment Das ist das allerletzte Paket. Schmusi. Mach Mut. Psst. Psst, 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 psst. Komm, Albert. Lecker, lecker. Jetzt schwätzt er mit irgendeinem Polizist. Komm. Ich habe jetzt keinen Teller. Doch, hauptsächlich, komm. Komm, her, her. Jetzt habe ich es über die Blätter. Ja, Baby. Du bist doch gar nicht der Albert. Wo ist der andere? Sag mal, Mietzi. Du bist wirklich eine Freche. Ist da noch Wasser drin? Albert, komm, lecker, lecker. Sag mal, ich bin so blind, Leute. Mahmoud hat ihn bestimmt verscheucht. Ach, Mann. Die Mietzi hat sich jetzt reingepfällt. Schmusi. Ja, Pech gehabt, Albert. So ein Säckel. Ja, komm. 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 Geh weg, Mietzi. Geh weg. Komm. Da, lecker, lecker. Mietzi, du gehst jetzt rein. Jetzt langt's. Du bist eine Straße. Du bist nicht. Ich krieg die Tür nicht zu. Mietzi, nicht beiß mich. Nicht beißen. Nicht beißen. Lieb sein. Jetzt auch noch barfuß da rein. Nein. Jetzt gucken wir mal, wie du rauskommst. Wenn's ihm's lecker, lecker geht. Lecker, lecker. Oh, nee. Vino, Respekt. Komm mal da. Psst. Da ischse. Wie kommst du raus? Ja, komm, lecker, lecker. War's gut? Der arme Rusty kriegt immer auf die Gosch von dir. Lass den. Bambi, ja, das riechst du, gell. Du, der arme. Der braucht doch auch was. Ja, lecker, lecker, Albert. Super, der ist so dumm, der Kerl. Komm. Albert. Also, wirklich. Komm, lecker, lecker. Stehst du immer auf dem gleichen Platz? Da, komm. Ich fall hin. Komm. Lecker, lecker. Geh. Ja, geh. Oh, guck. Oh, guck. Ja, Habibi, du frisch, aber langsam. Die Mietze war da. Hungriger. Und dankbares Pack. So. Jetzt guck ich da nochmal nach. Kommt die von da oben. Kommt die von da oben. Inschallah. Ja, inshallah. Inschallah. Morgen klappt's, inshallah. Ja. Ihr hört's. Ich glaub, das war der letzte Anruf jetzt. Die haben geschwätzt da den ganzen Tag. Na, Mietze kommt nicht raus. Super. Okay. Jetzt guck's nechtle, spechtle. See you later, alligator. Bis später, Peter. And you finish it? How many percent now? 80? From the Sabayin, coming 80? He said, inshallah, if he arrive, he's off his book, he will finish it. Really? So, 100 percent? He arrive, he will come. Hallo? He washi. Jetzt kriegt er wieder Anruf. Also, wenn ihr mir Hilfe braucht, gell? Mahmut, kennt alle Leute. Also, in China, da. Habt ihr Probleme beim Bund, Militär, Polizei, da. Wir haben die Connections, mashallah. Gute Nacht, jetzt ist es gleich zwölf. Heidebimba. Guten Morgen, Mimi. Guten Morgen, Mimi. Hallo. Hi. Hi. Jawasch. Ganz aufgeregt. Hey, deine Haube steht ja. Super. 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 Wipti. Okay. Da schläft sie immer. So mal aus. Rausnehmen. Alleine geht sie nicht rein. Ich muss sie immer reintun. Mach Mut, sag, sperr sie in den Schrank in der Nacht. Abends, wenn man ins Bett geht, mach sie in den Schrank. Nein. Ich mach das, weil wir haben wirklich kalt und Wind und alles, dass sie keinen Zug kriegt. Deswegen schläft sie da drin im Winter nimmer. Oder vielleicht doch. Gell? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Buongiorno. Du hast meine Schuhe an. Mach Mut. Why you wear my shoes. Mach hier noch was. Guck mal, hier sind ganz viele Flügel. Jetzt muss ich die hässlichen Schuhe ansehen. Ich hab's geahnt. Jetzt nehme ich mal meine Schuhe mit. Also, das ist ja horrible. Die gute Schuhe. Ich spür die schon draußen. Ich seh nix. Bumbi war schon draußen heute. Warte mal, ist das Bersin? Ja. Oh, hier ist ja alles voll. Who bring this you? Here for you. Ah! I want to go and look for this Stratziatella. Who bring this Bersin Mbara? Mbara, Ismaeen. Ismaeen. Ah. It is so high. Und, Hasen, alles okay? Ja, jetzt verreckt dich selber schuld. Ja, Fini. Jetzt ist super Wetter. Gell, Mausi? Ja. Ich komm. Fino, lieb sein. Lieb sein. Ich muss dir jetzt mal angucken bei Tag. Die kleine Mausi. Hi. Upsala. Jetzt haben wir nur noch helle Schafe hier. Ja gut. Die zwei da. Hedi, Frieda und Stratziatella. Da bist du. Ich will dich mal bei Tag angucken. Hi. Oh, bist du hübsch. Foto. Schön trinken. Hast du auch so eine Nudel? Nett. Nee, die hat eine normale. Guck. Die bissle. Aber die kriegt, glaub, nicht sowas. Aber gut, es entwickelt sich ja später. Da ist das ganze Fett drin vom Schaf. Gell? Ja. Uiuiui. Uiuiui. Hast du da ein Loch jetzt drin? Ja. Guck mal. Stratziatella, ein Weibchen. Ich finde es so süß. Müssen wir heute doch nochmal checken. Hi. Guck mal. Zwei schwarze Äuglein, schwarzes Näslein und vier Schuhe hat sie an. Ein weißes Schwänzchen, ein Dalmatiner und zwei Glöckchen hast du. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut? Wie ist es auf der Welt? Schön. Guck mal. Das ist hier Teenie. Der ist ein Chihuahua-Ziegenmix. Keine Ahnung. Der wächst nicht. Der bleibt so. Wahrscheinlich hat die Diät Milch. Die andere. Gell? Ist zu alt. Kann keine Milch mehr machen da. Da ist nichts drin in der Milch, gell? Ja, die ist sehr protective. Guck. Beschützt ihr Kind. Aha. Geh mal weg, Marrakesch. Lass ihn ruh. Gell, Heidi, du willst nichts wissen. Du willst auch da ruhig. Du hast dein Baby. Das sind die Mütter. Ja. 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 Ist die glücklich. Mit ihrem Baby. Die Nudeln. Da, guck. Macarona und Strazadella. Spätzle wäre auch noch gegangen, aber. Ist macaber da, der Spätzle. Also, wunderschön. Wunderschön. Oh. Ja. Gell, Fausel? So ein schönes Schaf. Hä, Panda? Nee, das ist nicht Panda. Das ist Make-up. Panda ist ja im Stall. Was sagen sie? Und Sheila, was sagen sie? Gobi? Hörst du meine Stimme? Hörst du mich? Hi. Hörst du mich? Super. Komm, Make-up. Komm. Wo ist das Persim? Schnell. Ja, ihr dürft bald raus. Wie die mümmeln. Unsere Schafsherde wächst. Ja, wir warten auf eine alte Ziege. Dann kommt Tini. Zieht aus. Dann kriegt die Nuggi. Hey, hey, die. Sag mal. Die Box, die kleine. Was ist da los? Ist das die Hackordnung bei den Schafen? Spinnt ihr? Trinkt du mal bei der Nuggi. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Mit den Eutern. Die haben gesagt, man soll da nicht mit Medizin rum. Das hat auch Nebenwirkungen und die Spritze und, und. Man soll einfach lassen. So machen es die Ägypten. So hat man es früher gemacht. Und, ja, keine Ahnung. Ist halt ein altes Mädchen. Gut, alt nicht, aber. Verbraucht. Ausgezehrt. Von immer. Decken, Decken, Decken. Ne? Ist ja klar. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder von dir auf der Welt hier rum. Nicht viele. Alle geschlachtet. Gell? Tini, du nicht. Bist so klein. So eine Chihuahua-Ziege will keiner schlachten. Glauben wir's. Okay. Die Katz-Rum. I hope you don't let the cats out. Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the cats out? Hi, ihr Mäuse, meine Süßen. Oh, alle da. You get for the guinea pigs already? Ja. Oh, du kriegst es auch schon gekriegt. Hast du auch schon gekriegt, Sim-Sim? Na, komm. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Baby, du hast auch gekriegt. Ja. Er hat Angst vor mir. Ihr habt auch? Ja. Schön essen. Mietzi. Du. Wo ist denn die Rosie? Ah, da. My box? What kind of box? Mahmoud, wait, 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 wait. You say you have boxes. I want to... I want to leave, but see. I want to leave, but see. For killing for... This is Talat. This, we have time. You say you have more in the... I want to leave. I want to leave. This is not working, this one. It's all broken. Go for me and let me out. One second. What open for Ahso? Mahmoud, I want to bring the Arnab soon here in this order. Don't make yourself comfortable in this order. I think this will stay one month. This is just because you want out of the horse. Ayua, the horse must have. Ayua. Haraka. Bewegung. You come back? My goodness. Dieser Mann. Baby. Hi, Baby. Sim, Sim. Ganz busy, Sim, Sim. Was kann ich da essen? Ja, schön essen, schön essen. Rusty, mein Sweetheart. Ja, du bist so süß. Ihr seid so... Katzen sind so feine Wesen, Leute. So sensibel und so. Ach, ich kann's gar nicht sagen. Es ist einfach, wenn man die anguckt, schon allein. Auch so majestätisch. Gell? Guck mal die Paris an. Was wollt ihr alle? Die Miezi sowieso. Total selbstbewusst. Der Kleinste. Das ist auch so eine Chihuahua-Katze. Ne? Das Kleinste Wesen mit dem besten, größten Selbstbewusstsein. Gell, Bumbi? Jeder denkt, er ist der Beste. Der Bambi sowieso. Gell? Du sowieso. Der Gafi, der ist... Komm, Jafar. Was gucken Sie? Der Jafar, der ist nicht von dieser Welt. Der ist ein bisschen... Hinterher. Uaha! Bambi, kann man. Bambi, du... Oh, Habibi. Oh, so ein großer Kater. Guck mal. Pixi, was ist da los? Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Oh, Baby. Sweetheart. Ihr seid so liebe Katzen. Ja, ja. Bambis, tut mir leid. Magst du mich eigentlich noch? Du gehst immer weg von mir. Ja. Aiva, den Entaier. Ja. 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 Das ist so, dass die Hüter, die Hüter, die Hüter können. Also, sie machen zu viele Hüter, da. Zu viele Hüter. Ich habe das nicht. Ja. Und hier kommen die Mann. Together. Ich muss das richtig verletzen. Und die Guinea-Pieger mit der Mann. also 5 und 2 alle doch super und ihr seid immer in der box diese sind ganz schüchtern ob die noch zahm werde mir in zeit gell ich kann mir auch zeit noch mut or no i wait for sim sim hey lass doch baby du hübscher und die wie die wie die sind so goldig was suchst du da was suchen sie jetzt hast du gefunden hat er dir noch unkraut geppet du lass doch den baby in ruhe baby ja joa jones was ist deine mission was wollen sie kaum komm nicht beißen na also aua guck mal von gestern schon gebissen und jetzt ein neuer bis sammel ich wollte nur heiß sagen ist das einer du okay ich geh mit sie was ist los hast eine maus gefressen heute nacht hast keinen hunger du bist ein chihuahua so kann schon sein da haben wir echt einen glücksgriff gemacht mit dir so süß du bleibst du bleibst einfach so klein die war süße mausi okay mahmoud we make really a good choice with this small dog she not growing again okay da die war the bunny white she stay like this full sweetie small like a cat gell die war ja super super haben wir das gemacht ja bumi hat durst trink ein bissle bumi was was guckst du was los kleiner strolchi der muss jetzt erstmal gucken was hat der typ da gemacht was ist da los ja und du hau bübi bleib hier bleib hier jetzt hast du dich wieder regeneriert guck ist alles wieder gut bei dir zucker ins haus lass ich dich nicht mehr der ist nicht stubenrein der wird auch nicht stubenrein das kann nicht leiden weiß nicht was da los ist jede katze ist doch automatisch stubenrein der war halt im käfig und hat da rum gemacht ich trau mich den nimmer rein weil das ist ja horrible wenn du den immer putzen musst aua guck neuer jetzt seht ihr es jetzt entwickelt sich's warte da jetzt hab ich einen tee vom teifel der teifel heide nein leute asche über mein haupt ich bin so so eine blöde mama also wirklich heute nacht konnte ich nicht schlafen wir haben lange geschwätzt alle kinder also bis 1 uhr und dann bin ich ins bett ich konnte nicht mehr dann eingeschlafen dann weckt mich jemand um 5 uhr oh guck mal oh guck mal um 5 uhr mama wach auf und ich so aha guck mal da kommst du raus Mahmoud look from here she come outside you see here du gell du gell und dann i sleep i sleep und you miss every second mama am fuß und ich noch 5 minuten ich konnte meine augen nicht aufmachen Leute das ist noch nie passiert und dann war er sauer du stehst nicht auf mama hamdullah mahmoud ist aufgestanden ja und ich konnte nicht fix und fertig wirklich ich kann das nicht machen mahmoud guck hast du gesehen wie sie es macht Naude hallo Es kommt jetzt von gestern geht es weiter ob es klappt mit den Papieren oder nicht guck mal wieder hier jetzt haben wir es gesehen wie sie raus kommt super mit sie ja leute ich bin sehr enttäuscht über mich am ersten schultag verschläft die mutter und was heißt verschlafen ich konnte nicht aufstehen gar nicht ich war wie in trance und mir kam es vor als ob jones jede sekunde kommt komm steh auf komm steh auf und ich so noch in fünf minuten vor allem fünf uhr braucht man doch nicht aufstehen ich dachte das war ein witz gestern ich so ja ja ich dachte die schlafen eh länger und der bus kommt doch erst um 7 7 uhr 20 sowas rum wieso soll man was so früh aufstehen aber hamdolila ist mein man dann aber ich bin traurig der erste schultag wenn er zurückkommt ist ja bestimmt sauer auf mich das ist das allerletzte bei dem amina bin ja aufgestanden ist ja klar also ich stehe eigentlich immer auf bin immer die erste wach aber heute ging es nicht da bin ein bisschen enttäuscht über mich selber aber gut ich hoffe er wird es vergessen heide bim bam und dann kommt ja noch sein geburtstag wo man dann nicht feiern wo er nicht weiß dass er hat ich hoffe in der schule sagt da keiner was alle fickler du hast heute geburtstag dem sei gesicht dann gelb ich hoffe das sagt da keiner weil die das ist doch der kastrationstag wir feiern doch eh nicht der junis fragt ist mein geburtstag schon gekommen sei ich noch nicht noch nicht ich weiß nicht was mit dieses jahr machen schule ja so sieht aus bei uns können wir wieder sagen dass so schlechte mutter so schlechte mutter ja ich gebe es zu jetzt ja auch nicht sagen müsse aber ist passiert kann mal passieren ja also wie die tage muss immer bei bei